Hallöchen und willkommen zurück zu der nächsten Folge von Gothic 2 und wie ihr seht, das Texturenpack ist weg. Ähm ja, ich habe ein paar unschöne Grafikfehler gehabt und zwar hier in Richtung Minienthal oder bei anderen Bergen. Da waren einfach die Texturen weg und ich konnte durchgucken. Die haben komisch geflackert, waren durchsichtig und es sah aus, als wäre eine Flamme drauf. Deswegen schmeißen wir die jetzt erstmal runter, also deswegen habe ich sie erstmal runtergeschmissen, das Texturenpack. Und deswegen begnügen wir uns erstmal mit den Standardtexturen und sieht ja auch nicht schlecht aus. Ich finde die Standardtexturen auch einfach gut und mit den Ränder sieht es trotzdem sehr geil aus. Und ja, und ich muss da auch sagen, ich finde den Standardlook der Paladin-Rüstung auch sogar ein bisschen besser als vom Texturenpack her. Da hat mir auf jeden Fall auch der Helm gefehlt, weil die Paladin-Rüstung ohne Helm geht irgendwie gar nicht. Und ja, das hier wird eine Minienthal-Folge sein. Das heißt, wir werden jetzt ins Minienthal gehen und ein paar restliche Ox klatschen. Und wir fangen mit denen hier am Pass an. Wir müssten ja eigentlich stark genug sein, uns jetzt mit den Viechern anzulegen hier, die am Pass rumgammeln. Ja, das geht ganz gut. Auf jeden Fall müssten wir noch ein bisschen mehr in Stärke reinpacken. Ich habe den Charakter wirklich ein bisschen verskillt. Das ist echt so. Ich hätte gar nicht so viel Geschick lernen müssen. Und ich hätte mich gleich auf einen Teil spazieren müssen. Ein Hand oder zwei Hand. Und nicht einfach, dann packe ich mal 30% in ein Hand. Und den Rest dann doch in zwei Hand. Naja. Nö, keine Elite dabei. Ah, was war denn hier raus aus dem Getümmel? Okay, jetzt kommt natürlich kein Crit durch. Das ist, ähm, ja. Wie immer. Wenn wir ihn brauchen, ist er ne da. Auf jeden Fall müssen wir nochmal probieren, an den Innos-Schrein zu beten, damit wir den Stärke-Bonus da rausbekommen. Maximal 10 Stärke sollte man von da bekommen. Und ich weiß gar nicht, ob wir davon schon 10 Stärke bekommen haben. Naja, müssen wir einfach mal ausprobieren und wieder ein bisschen Gold bei Innos lassen. Und wenn es nicht, dann ist es auch egal. Äpfel müssten wir ja schon gegessen haben. Schauen wir mal. Was wir jetzt noch alles rausholen an Erfahrung. Wenn wir jetzt hier die... Äh? Was machst du denn da? Wow. Ne, er saß da gerade einfach nur. Erdbeet wahrscheinlich. Wow. Ork-Krieger. Wo ist denn... Ach, da hinten ist der. Sind hier noch mehr? Alter, yo. Lauf bei dir. Wie mana hast du denn bitte? So. Wären das alle gewesen jetzt? Ach, da ist noch einer. Ne, nicht zauber. Und noch zwei. Genau. U-Tch-Tch-Tch-Tch-Tch. So, das wär's gewesen. Das ist schon mal die ersten Orks hier weg. Und... Oh, eine Spruchrolle. Verwandlung Feldräuber. Mhm. Ist... Ja. Toll. Brauchen wir nicht. So, Loading. Mierenwelt. Natürlich ist es mega dunkel jetzt. Naja, die Orks, die hier waren, die haben wir ja schon... umgebracht, nicht wahr? Da haben wir uns ja so... abgehetzt mit. Aber jetzt muss ich erstmal kurz die Zauber durchgucken. Teleportationszauber. Die wir nicht mehr brauchen, kommen wir jetzt erstmal alle raus. Wir brauchen jetzt erstmal nur zu Burg. Genau. Zu Burg. Ah, dann legen wir uns hier erstmal hin. Eine Runde pennen. Ah, dann müssen wir keinen Mana-Trank und... ähm... Heiltrank benutzen. So. Guck mal, da hängt noch eine alte Garde-Rüstung. Hm. So, erstmal schlafen bis zum nächsten Morgen. So, und jetzt versuchen wir... Für Inos! Genau. Den Belagerungsring zu durchbrechen. Das ist doch alles nur Gerede. Und da erstmal alle Orks, äh, platt zu machen. Wir haben ja Eiswellenzauber dabei. Okay. Die sollten uns dabei gut helfen. Stimmt. Da muss man ja springen. Und wir müssen nochmal mit Hoshpag... Nee, nicht Hoshpag, sondern Urschak reden. Der ist ja jetzt, ähm... Ne? Der steht jetzt da oben, wo wir Hoshpag gekillt haben. So, worum gehen wir? Gehen wir hier unten lang? Wir gehen erstmal hier lang. Da müssen wir mal kurz gucken. Auf A6 ist es jetzt. Eiswelle ist jetzt auf A6. Gut. So. Was haben wir denn hier? Hm. Das geht noch. So, jetzt... Oh, da sind ein paar mehr. Oh, die Elite. Das wird gefährlich. Nee. Komm ran. Oh, das können schon viele Elite und... Verdammt. Egal. Schaffen wir schon. Die nehmen wir auf jeden Fall trotzdem mit aus. Das ist gut. Hier kommen nur die beiden. Die Orki Elite ist ja immer noch ein bisschen stark. Also, die macht uns immer noch guten Schaden. Hier unten. Die waren sonst keine Orks mehr. Guck mal, hier war die Arena. Äh, ich speichere trotzdem mal kurz. Weil wir jetzt hier nämlich die, ähm... Ach du Scheiße. Hallo? Ja. Oh, nicht zur Burg teleportieren. So. Weil die doch noch ganz schön Schaden machen. So, ich lasse mich jetzt trotzdem nicht wirirren von diesen verfluchten Schamanen, die uns jetzt die ganze Zeit mit ihren... blümeligen Feuerbällner beschießen. Penner. Na so. Funktioniert wunderbar. Ich hätte mir aber noch ein paar Geschwindigkeitstränke besorgen sollen. Oh, der hat getroffen. Der hat auch getroffen. Ah. Warum trifft der jetzt nicht seinen Kumpel? Er müsste jetzt doch eigentlich seinen Kumpel treffen. Das würde bei uns... Wenn wir das jetzt machen würden, würde das passieren. Dass wir... ...unseren Verbündeten... ...mit den bekackten Feuerbällen treffen würden. Aber sie können einfach durch... ...durchschießen. No problemo. No problemo, Chefo. So. Haben wir hier noch unsere Freunde? Einen Wark? Puh. Ja. 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 So. Von euch nehmen wir die Fälle natürlich mit. Ach. Das ist für ein Ork-Axt. Ja. Lohnt sich echt nicht zu verkaufen, die Kacke. Hallo? Aha. Oh. Was haben wir denn hier? Noch ein Lurk? Haben wir den übersehen? Oh. Warum fällt der nicht wohl? So. Ähm. Haben wir denn... ...hier soweit alles gekillt? Joa. Gut. Da haben wir wieder... ...Elite. Boah. Drei Elite. Eiswelle haben wir nur noch. ...hier soweit. Genau. Eiswelle haben wir nur noch viermal. ...hier soweit. Boah. Boah. Okay. That was not working. So, very well. Oh, jetzt sind wir schon wieder hier. Ich kotze ins Essen, ey. Die scheiße Schamaden gehen mir auch auf den Sack. Wie, nur einer? Habe ich das denn gegen einen? ...hier soweit. Das sind drei. Huchuchuchuchu. Genau. Ah. Irgendwas funktioniert gerade nicht. Ich mache irgendwas falsch. Ja. Leck mich. Pisst euch. ...hier soweit. Jetzt verpiss dich doch mal. Gammler, Alter. Was will er denn? Und warum habe ich eigentlich meine Amos denn mit ausgerüstet? Weil ich damit wahrscheinlich nicht umgehen kann. Ja. Es ist nicht funktionierend. Ah. Er hätte es von da oben auch mal mitschießen können. Okay. So. Irgendwas. Funktioniert. Gerade nicht richtig. Warum sind die Elite so stark? Sechs war das. So, ihr Arschgesichter. Oh. Machen gar keinen Schaden, die Elite. Null Schaden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Es ist ja echt kein Schaden, was die machen, ne? Oh, die haben Heilzauber. What? Guckt euch ihn an. Er wartet jetzt. Hallo. Okay. Mann, 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 Mann Hatten wir denn Stimmt, die haben ja auch keinen Stärkelehrer, ne? Der uns irgendwas mit Stärke nochmal richtig gut beibringen kann Das hier wird doch gar nicht So, die kriegen wir hier weg Eine Elite ist okay Da sind wieder natürlich mehrere Elite jetzt Da müssen wir die Eiswelle für benutzen Ja, ja So, ich bräuchte jetzt hier trotzdem Nein, 6 Ja Das funktioniert nicht Das hat nicht gut funktioniert Dann probieren wir mal was anderes Genau Nimm ich einen Geschwindigkeitstrank Ja, okay Ihr seht Das ist ein mächtiges Schwert So, jetzt probieren wir das Ah Nice Besser geklappt Nice So machen wir das jetzt immer Ich wollte die nur kurz plündern Weil die Manchmal ein bisschen Gold dabei haben Und Heiltränke Nichts zu plündern Naja, machen wir mal weiter So, und hier haben wir jetzt sogar noch Blutfliege Und Ups Ich glaube, das sind sogar 5 Minuten Tränke Also, Geschwindigkeit Hallo Was erlauben sie sich Ah, die Sprecher Wow Scheiße Das hat nicht funktioniert Ob ich den jetzt gespeichert Bitte Okay Natürlich ist der Heiltrank Jetzt weg Äh, Geschwindigkeitstrank So Aber kein Problem Wir machen das jetzt auch so Dämliche Orchidite Was war das jetzt alles? Also, jetzt haben wir natürlich keinen, äh, ne? Nur noch ein Geschwindigkeitstrank Lauf, lauf, lauf Lauf ins Wasser Geh schwimmen Ja, nice 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 Okay Was passiert gerade? Leute Hallo Okay, wo gehen die jetzt? Okay, die holen wir uns jetzt nochmal schnell Äh, die zwei Krieger sind nämlich, ne? Auf Abwägen Was ist dir denn vor? Mann, ich müsste Ich weiß nicht mehr, wo ich Feuerregen herbekommen sollte Müsste ich da vielleicht eben nochmal nach Jakkina? Dann müsste ich offscreen Gleich nochmal schnell nach Jakkina rennen Und gucken, ob ich verfluchten Feuerregen bekomme Oder sonst irgendwas Ciao, wie sehr Tschüss Ja 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 Ich packe es nicht, ey Okay Ja, mal ganz schnell die KI ausgenutzt, war Okay, dann war es das auch schon wieder Für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Wieder, bis dahin, tschüss Ja, mal ganz schnell die